Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Spurplatten da fahren. Ich dachte, du schnippst wegen mir, ich sollte gucken. Dann los! Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des VDS Tourenwagen-Vlogs. Ja, wir bauen uns die Tourenwagenlegenden von 94 auf. Letzte Woche, oder ne letzte Woche ist ja nicht letzter V-Log, haben wir über den Audi 80 da hinten gequatscht, über den Quattro Competition. Und jetzt kommt mein Auto, oder mein Fahrzeugsauto, was ich immer, immer haben wollte, ein 318 IS Class 2-4C oder wie hieß der, ne Stief, der volle Name. Irgendwie so in der Art. Völlig irrelanger Name, aber ja, 318 IS ist kein normaler E36, sondern ein Homologationsmodell wie der Audi damals, immer nur als Limousine geliefert worden, also alle 318 IS die ihr als Limo seht, die wirklich ein 318 IS sind, die sind auf jeden Fall, ja, einer von zweieinhalbtausend Homologationsmodellen. Tausend nur für den deutschen Markt und die gab es nur in Schwarz, Kosmos Schwarz, wie der hier, Hellrot, Dakar Gelb, Boston Grün, Alaska Blau heißt es übrigens, und Alpin Weiß gab es nur ganz, ganz wenige, 17 Stück oder so. Ja, die Specs von dem Auto, wir waren ja letzte Woche beim Audi, haben wir ja da mal so die Specs durchgesprochen. Erstens mal hat das Auto hier diese wunderschönen BMW Motorsport International Plaketten überall, rechts links und eine am Handschuhfach. Handschuhfach ist das wohl, glaube ich, mittlerweile seltenste Teil, was du irgendwie kriegen kannst für das Auto, weil die einfach auch gar nicht mehr produziert werden und ja, eBay Kleinanzeigen hebt Preise auf für sowas da, die da sind original, das ist abartig. Joa, der Gesamtzustand, als ich den Wagen gekauft habe, war eigentlich ganz gut, Stief, oder? Der war also wirklich wenig, wenig Rost, nur die Wagenheberaufnahmen, die haben wir ja schon ein bisschen bearbeitet. Leider Gottes hat das Auto aber dann hier im Hochwasser gestanden und das war für mich richtig Krise, Leute. Ich sage euch, da war ich echt fast am Abkotzen, weil das so echt so mein Traumwägelchen ist. Nichtsdestotrotz haben wir echt den Unterboden schon komplett fast vom Rost befreit und die Felgen zum Beispiel sind übrigens auch Styling oder Radialspeicher 18 oder so. Das sind die Sportfelgen, die damals beim 318ES Class II original mit ausgeliefert wurden. Deswegen habe ich die auch gekauft, kriegt man tatsächlich für den Apple und die und ich finde die eigentlich, wenn man live davor steht, ganz geil, Stief, oder? Die sehen irgendwie, die haben so vom Stil her, sind die so ein bisschen wie die vom Competition, oder? Ganz genau, ganz genau. Nur hier 5-Loch, du hast 4-Loch noch. Ist schon ein geiles Auto, der hat tatsächlich viele so Specs, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Front und Hexen sind ja jetzt schon abgebaut, haben wir gemacht, weil, ich zeige euch mal den Innenraum, als der im Wasser gestandet hat, habe ich natürlich, irgendwann hat, ich weiß noch, Jackie war hier mit Nass- und Trockensauger dran, irgendwann hat die angerufen, was sollen wir jetzt machen, habe ich gesagt, schneid alles raus. Deswegen sieht es hier drin etwas wüst aus. Joa, Teppich muss neu. Ist übel, ne? Aber was soll man sagen? Hab ja die Sitze und so, man sieht ja schon Lenkrad und Schallknauf, die sind sogar schon mit Alkatze bezogen. Originallenkrad, fand ich auch geil, mal nicht das geschüsselte. Originalradio ist drin. Das ist halt so verschieden. Ich liebe Originalradio. Ich brauche immer noch was. Ich brauche noch einen, wie heißt das nochmal? Gamma. Audi Gamma oder sowas, ne? Ja, Audi Gamma. Ja. Aber wie ihr seht, die Türpappen und alles, man muss sogar sagen, generell bei einer Limo hat man es viel einfacher. Oder, Steve? Das haben wir jetzt echt festgestellt. Was Dichtung angeht, Türpappen oder so, das ist meistens echt in einem viel besseren Zustand. Und hier seht ihr auch die fetten Verstreifungen, die in so einer Limo-Tür drin sind. Aufgrund des Gewichts ist das ja auch ein sehr beliebtes Auto hier für die ganzen Ring-Tool-Racer und sowas. Und deswegen haben die auch damals die Limosine ja im Tourenwagen-Sport eingesetzt. Musste ja auch eine Viertürer-Limosine sein. Was gibt es sonst noch an Specs? Tatsächlich sind das hier auch alles originale Rückleuchten. Die habe ich jetzt nachträglich gekauft. Passt einfach besser zum Audi, weil der Audi wurde ja auch nur in Weiß-Rot oder so, Steve. Da steht man gerade hier rum. Ja. Die gab es aber nur im Zubehör. Früher haben manche Leute die so verbaut und ich fand es irgendwie schick. Weil einen habe ich ja schon in Orange. Fanden viele nicht so schön, muss ich sagen. Aber ich finde es halt zum Audi richtig passend, ehrlich gesagt. Dann, Besonderheiten beim Class 2 zeige ich euch jetzt mal. Ja, einmal der originale Class 2 Spoiler. Das ist schon, ne. Kein Replika, kein Schild so. Und wenn der da so drauf sitzt, auch ohne Distanzen, dann genügt mir das schon. Ich finde den richtig geil. Und das, also der Spoiler, plus die originalen... Stief tritt auf die gesammelten Werke. Plus die originalen GT-Ecken, die ich auch besorgt habe. Für ein Teufel sein Geld, Leute, sage ich euch. Original BMW. Die originalen GT-Ecken, die vorne unter, die kennt ihr. Jeder hat die als Replika drunter. Hat die irgendeiner hier? Ne, jetzt gerade nicht. Stief hat sie ja nicht. Jeder hat sie drunter. Kein E36, der hier drin steht. Die zwei Sachen waren immer original beim Class 2 auch verbaut. Also das war wirklich so dran und fest und so. Und den Rest, den ich euch jetzt zeige, den gab es in einem Karton extra. Und deswegen sind das auch ultra seltene Teile. Weil die halt teilweise ja eigentlich immer unter die Räder gekommen sind. Da wäre einmal... Oh, eins war auch noch verbaut. Und zwar hier die, die kennt ihr eigentlich. Jeder hat sie dran. Diese Zusatzlippe am M-Paket, ne. Also, das kennt man, glaube ich. Die habe ich auch neu geholt, weil die war bei mir gerissen. Wie ihr seht, ich habe echt keine Kosten und Mühen gescheuert, um die Zeile in Original zu kriegen. Hier, das gibt es echt noch für so einen normalen Preis, kann man sagen. So, nochmal hier die Ecken weg. Dann habe ich einmal das originale Schwert, das Class 2 Schwert. Nicht zu verwechseln mit dem GT-Schwert, wovon es auch ja viele Replikas im Umlauf gibt. Denn nur das Class 2 Schwert hat hier so, wie soll man sagen, so eine Erhöhung. Hier kommen so Halter drauf, so Platten. Die passen genau hier drauf. Und... Wird eh neu lackiert. Und... Das kann man auch nur am Class 2 montieren, im Prinzip. Weil nur der Class 2 hat in diesem Schlossträger, zeige ich euch jetzt gleich, so Halterteile dran. Ist vielleicht ganz interessant für Leute, die ein GT-Schwert, ein Originales haben. Ich zeige euch mal gerade kurz die Halter. Ohne das hier zu lang zu machen. Hier ist sogar noch BMW-Label drauf. Die werden dann so in diese Frontstoßstange... Ja, nächstes Mal wird hier aber mal ein bisschen aufgeräumt, damit man dann wieder lang gehen kann. Ich wollte euch mal was sagen, Leute. Ich habe noch gesagt hier so, Leute, wenn jetzt die Halle renoviert ist, da liegt hier nix mehr rum. Ja. Schön. Ja, das sind die originalen Halter, auch von Class 2. Und die werden dann so im Prinzip festgemacht, dann hat man das komplett ausgefahren. Oder man macht nur einen fest, dann hat man es halb ausgefahren. Oder man kann das hier vorne festmachen, dann ist es ganz eingefahren. Und das Gleiche gilt hierfür natürlich. Und hier seht ihr ja auch, ich habe so Stopfen da drauf gemacht. Normal kommt das fertig gebohrt. Tatsächlich. Ist ganz interessant, weil ja, ihr kriegt so ein Ding von BMW und guckt mal die Oberflächenstruktur, wie das Original aussieht. Jedes Replika ist eigentlich geiler. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ne? Ja, sieht trotzdem ganz sachtig aus. Aber ja, auf jeden Fall, man sieht halt auch mal die Aerodynamik von so Bautor. Guckt euch mal an, wie das geformt ist. Ist jetzt nicht einfach nur so ein Brett, sondern das hat Funktion. Ne? Ist schon geil. Sieht aus wie ein Brett. Surfbrett. Das Surfbrett. So. Dann, beim Spoiler, das sind jetzt Teile, die dann mitgeliefert wurden, die nie verbaut wurden. Und dann gab es beim Spoiler noch diese wunderschönen Jungs hier. Und zwar die Gurney Flaps. Die finde ich auch richtig saftig. Stiefel, findest du das? Ich werde das ja verbauen so tatsächlich. Mhm. Ja. Ist geil, ne? Da braucht man wirklich keine Distanzen nachher. Dann sieht es dann so ungefähr aus. Muss man ein bisschen mit Sickerflex schön festmachen. Ist schon geil, ne? Also wie simpel man das früher eigentlich gemacht hat. Also Zusatzabtrieblippen hier oder was auch immer das. Also das ist ja im Prinzip, erhöht die Wölbung und dadurch habt ihr noch einen höheren Abtrieb. Beim WDCC, Schraube ab, anders einstellen, hast du einen höheren Abtrieb. Und hier hat man das so gestaltet. Ja. Das sind die Specs. Vorne kann ich euch noch gerade zeigen, die im Armaturenbrett. Die, ja das seltenste Teil eigentlich, glaube ich, für davon im Auto. Das dürfte trotzdem jedem ein Begriff sein. Ja, definitiv. Also das kennt auch jeder. Ja, das ist im Prinzip so der Grundzustand. Rost am Unterboden habe ich ja eben gesagt, den haben wir schon echt soweit befreit. Sitzausstattung haben wir schon komplett neu bezogen. In dem, ich habe hier, glaube ich, habe ich einen Schlüssel in der Tasche? Oh, ne. Ach, das ist mein Tonding. Wo habe ich den Schlüssel? Da sieht man es. Dein Tonding? Dein Tonding. Wir sind ja mittlerweile professionell. M-Rain. Mal gucken, wie das… M-Rain Stoff. Die meisten von euch kennen den von den M3 Vader Sitzen oder sowas. Und dann, was ich mir noch persönlich zur Aufgabe gemacht habe. Wie ihr seht, ich lege gerade die Batterie nach hinten. Ich finde das vorne einfach nicht schön. Die 318ES hatten immer vorne einfach die Batterien mit einem Motorraum stehen. Und wer mich kennt, der weiß, ich mag aufgeräumte Motorräume. Ja, ich glaube, sonst gab es keine großen Spezifikationen an dem Auto. Ach, den Haltestreben-Abtriebsatz, den ihr von meinem weißen 318ES kennt, mit allen drei Streben. Den werde ich hier auch verbauen. Der kann nämlich vorne am Schwert dann angeschlossen werden. Wie ihr seht, da vorne liegt noch alles. Originale Seitenschweller, die Luftführung und so. Ich habe hier kartonweise Interieur-Class 2, Anbausätze, Dichtung, Neuteile-Class 2. Und hier hinten liegt noch ein Koni-Street-Fahrwerk plus die H&R-Stubbies. Genauso, wie ich das im weißen IS verbaut habe. Das kommt da auch noch rein. Ich glaube, im Gegensatz zum Competition-Stief hat der Wagen hier ein bisschen einfach mehr so… Ja, man muss den ganzen Scheiß erstmal wieder zusammenfriemeln. Bei dem muss man eigentlich primär den Lack nur machen und dann ist es fast so Nude, ne? Ein paar Teile noch suchen? Ja, aber ich bin mal gespannt, was da noch für Überraschungen war. Ja, das ist ja immer so. Übrigens konnte ich es natürlich nicht sein lassen. Wie schön das aussieht, wenn das innen auslackiert ist. Ich habe natürlich auch schon Lumenstreben gekauft. Essen Motorshow hat gerockt Stief. Guck mal, da konnte ich nicht Nein sagen, oder? Ist schon geil. Kann man bei so einem Auto mal wieder machen in Rot. Gut. Hier hat er übrigens auch so ein bisschen Rost gehabt. Und hier das schön durchlöcherte von… Ach, also weißt du, was das Geilste an dem Auto war, Leute? Ich habe ja wie oft Stief war dabei. Ich habe bestimmt schon über 50 Meter Boxenkabel hier rausgezogen. Weil der vorher das Auto besaß. Warte, ich habe gefettfingert. Na, gefettfingert? So. Der das Auto vorher besaß, irgendeiner von den Vorbesitzern, der hat da richtig dick Boxenkabel reingelegt. Also da war richtig, richtig Alarm am Start. Und der hat nämlich auch deswegen da die Löscherin gebohrt, damit der Subwoofer mehr kickt. Ich sehe ja gerade, was sind das hier eigentlich für Macken, ey? Manche Leute, ne, hier so im Innenradkasten oder so, sind manchmal so Macken und Dellen drin bei so einem Auto, wo ich mich mal frage, wie kam das eigentlich mal zustande? Aber alte Autos, so wie Stief schon sagt, Überraschungen werden da trotzdem folgen. Ich glaube, das war es eigentlich so zum 318ES-Überblick Class 2. Die Teile, die besonderen Teile habe ich alle, aber jetzt ist halt manchmal schwierig, tatsächlich noch Ersatzteile allgemein zu kriegen. Gerade dadurch, der Wagen ja im Hochwasser gestanden hat, vieles einfach kaputt gegangen ist. Wie zum Beispiel so, weiß ich nicht, die Unterbodenluftführung oder man muss halt gucken, dass die Holme da auch leer sind. Wir wollten jetzt demnächst mal mit einem Endoskop da reinschauen. Ich hoffe, da ist alles gut. Aber eigentlich hat er nicht so schlimmen Rost. Übrigens, wenn man das beantworten kann, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Manche Autos oder manche E36-Limos, die haben hier einfach nur so ein Plastikding und manche sind hier komplett verkleidet. Voll strange irgendwie. Meiner hatte nur hier das Plastikding drin. Ich hoffe, das ist normal. Ja, Motor übrigens genau der gleiche wie der Stief, nur halt ein 1,8er, kein 2 Liter. M42 318ES, gleicher wie im ES wie in den Coupés auch. Ist hier auch jetzt nicht wirklich sehenswert, sage ich mal. Wir haben vorne nur eine Domstrebe verbaut. Und ja, da müssen wir mal gucken, was mit dem guten Hasen hier passiert. Aber das entscheidet sich jetzt die Tage, weil dann reden wir mal mit dem Lackierer, gucken, wie viel hier dran lackiert werden muss und so. Und ich glaube, die nächsten Vlogs sind wieder beim Auseinanderbauen, oder? Schon wieder auseinanderbauen. Schon wieder auseinanderbauen. Ja, aber beim Audi wird es echt spannend. Ich meine, hier wissen wir, wie eine Motorhaube abgeht, die Frontmaske abgeht und Front-Hacks sind ja alles schon ab und so. Aber beim Audi, da habe ich ein bisschen Bammel. Ja, aber ich muss dazu sagen, mein Wichtelgeschenk wird mir hoffentlich da sehr dienlich sein. Stimmt. Lieben Grüße an den Wichtel vom Stief. Der hat uns echt geholfen, indem wir dir das Buch, wie ist das? Audi 80. So wird es gemacht, ne? So wird es gemacht, ja. Richtig geil. Weil so essentielle Dinge wie, weiß ich nicht, hier eine Tür abbauen oder sowas, kriegt man halt nur da. Übrigens habe ich noch eine kleine Felgenüberraschung, glaube ich, für das Auto. Vielleicht habe ich ja was anderes besorgt. Aber ich finde die eigentlich ganz geil. Übrigens auch weiße Blinker. Komplett vorne. Weil das haben wir angelehnt an den Competition. Weil wenn du das mal so abfilmst, dann sieht man, dass der Audi 80 vorne auch nur schwarz-weiß ist. Und dann habe ich so gedacht, ganz ehrlich, das sind auch alle das Original. BMW-Teile habe ich mir mal gegönnt. Kriegt man auch ganz günstig. Da habe ich mir gedacht, ey, das passt noch besser dann zueinander so. Deswegen, viele haben mich ein bisschen dafür so gehatet, dass ich das nicht orange lasse. Ja, ich bin zwar ein Fan von orange und blinkern, aber das kommt doch immer auf die Farbe drauf an. Ja. Hier hat auch wieder einer alles gegeben. Schön Durchstrebe verbaut. Ne, aber ansonsten Motor, einwandfrei. Kenne ich ja mittlerweile auswendig, kann man sagen. Und ja, der hat, glaube ich, im Gegensatz zum Stiefsein leider schon fast 200.000 runter. Ich wünschte der da auch nur 60. 70.000 hat man da. 70.000. Aber ansonsten ist das hier eine sehr gute Basis für ein Class 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Für alle, die mal gesehen haben, was für einen gelben ich hatte. Der Stief kennt den ja auch. Das war eine richtig fiese Bude. Ja. Das war es im Prinzip so zum Walkaround Class 2, was es da so an Besonderheiten gibt. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt uns nicht. Dann sagen wir es im nächsten Vlog. Dann sagen wir es im nächsten Vlog. Schreibt uns das, wenn wir irgendwas vergessen haben oder ihr noch irgendwas Spezielles wissen wollt, zum Competition wie auch zum Class 2 oder ihr irgendwie was genaueres zum wie wir was machen wissen wollt. Ich sehe ja gerade, Alter, der Kohlflüge hat eine fette Dille, glaube ich. Ich hatte auch mal einer rumgehebelt. Scheiße. Naja. Dann verabschieden wir uns. Verabscheuen wir uns. Verabscheuen wir uns. Bis zum nächsten Mal beim VDS Tourenwagen Vlog. Tschüss. Nachdem. Ich möchte dich einfach nicht. Schritte. Ich bin einiges von der Kohlflüge. Schiebeien wir uns. Als ich den Hüften, der Kohlflüge bleibt. Man kann man ihn mit. Es ist nicht mehr. Wir müssen das.